Das Treppenhaus war total verrußt, also verraucht. Schwarz wie die Nacht würde ich sagen. Licht war ausgefallen, so dass man auch die Stufen nicht hätte gesehen. Und ja, wir haben dann eben wie gesagt gewartet, bis wir geruhlt wurden. Viele wollen wegziehen. Wir haben hier eine Familie, also es sind eigentlich zwei Familien und die haben gestern oder heute Nacht schon gesagt, also hier bleiben wir nicht mehr, wir werden uns kurzfristig nach einem anderen Wohnraum umgucken.